Wo sollt ihr gehen? Nach Bulgarien. Und was da? Arbeiten? Na, arbeiten lassen wir in Deutschland. Ey, Neuer. Und, warst du schon mal auf Montage? Für die jungen Geld zu verdienen. Und, das ist ein Schlitzrohr? Die ist komplett verrückt geworden, oder? Habt ihr schon mal an die Einreimische gedacht? Ja, nur. Deswegen bauen wir ja ein Wasserkaufwerk. Ja, wie gibt's das schon? Immer einen Anschluss, einen Mille-Ansprecher, oder? Ja, genau, genau. Hallo. Guck, 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 guck. Garmöck, guck, 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 guck! Brauch, 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 brauch. Wie bist du? Wie bist du mit dem Mann? Weiss, wir oder nicht? Wir haben uns, wir, wir haben Ihnen zu. Wir haben uns, wir haben, auf uns. Du kannst nicht einfach selbstständig da was abdrehen, oder? Wir haben hier was zu schaffen, was zu erreichen. War war dies? Ja, glaube ich. Ja, toll, Brat. Ich liebe dieses Dorf. Kennst du kein Heilbe?